Mein Name ist Herbert Meßletzer, bin aus Klagenfurt, male in Acryl, Öl und hauptsächlich meine Liebe ist das Aquarell. Dort wo meine Familie lebt, wo wir Gott sind. Ich kann besser anfangen, weil in der Molerei das aufhören in den Gratwanderungen ist. Niki Laura, ein Malaufenthalt in New York, Bernhard Vogel, der mir sehr viel weggebracht hat, Gerhard Richter, ein Deutscher, derzeit Topmann und der Monet, ein alter Expressionist und Impressionist. Aber immer beim Main denkt ich alle verloren. Jetzt ist mein Name. Untertitelung des ZDF, 2020